Was geht ab meine lieben Freunde, bevor dieses wunderbare Zerstörungsvideo von Fortnite beginnt, meine Freunde, wir haben komplett durchrasiert. Mit dabei war der Dominik, ich glaube der ist Weltrangliste Platz 1 überall. Das ist wirklich der krankste Spieler, den ich jemals hatte. Möchte ich ankündigen, dass es heute Abend ab 18 Uhr wieder einen fetten, fetten Livestream gibt. Also schaut da auf jeden Fall vorbei. Fettin wird wahrscheinlich mit dabei sein, Tobi und Dominik wahrscheinlich auch. Und wir werden gemeinsam komplett alles durchrasieren. Und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit diesem wunderschönen Video. Macht das gut, MC Krüppelfinger ist raus. Ja Leute, was geht? Willkommen zu einer weiteren Runde Fortnite mit MC Krüppelfinger. Ich muss nochmal ganz kurz erklären, falls es dazu kommt, dass ich mich verbaue oder nicht treffe. Diese Maus, ja, die liegt quasi so. Und also dann verband sich manchmal unter der Maus. Aber ich bin noch schlecht, das kommt noch dazu. Dementsprechend, Ruhe! Dementsprechend habe ich heute den lieben Petrit dabei, der auch extrem scheiße ist. Ja, ja, ne. Genau, den lieben Tobi und den lieben Dominik. Und Dominik ist ein ganz spezieller Kandidat. Dominik, guten Tag. Moin, moin. Moin, moin. Er ist gar nicht unter Druck hier. Er ist gar nicht unter Druck. Ich muss jetzt liefern, Leute. Wir werden jetzt versuchen, das geisteskrankste Squad-Play hinzulegen, was es jemals gegeben hat. Normalerweise hätten wir jetzt alle den gleichen Skin machen müssen einfach. Alle so einen schwarzen Skin, aber ich habe kein Geld mehr. Keine Ahnung. Egal. Es ist nicht so schlimm, es ist nicht so schlimm. Wir holen es trotzdem. Wir werden jetzt versuchen, möglichst viele Kills zu machen. Und ja, ich bin mal gespannt, ob das aufgeht, meine Rechnung. Beziehungsweise, ob ich überhaupt jetzt was reiße. Denn in der letzten Runde habe ich tatsächlich sehr viel Schaden gemacht an Spielern. Ich habe zwei Kills und ich glaube, ohne die 1.000 Schaden. Tobi hatte zwölf Kills und 2.000 Schaden. Also mit dem letzten Schuss sitzt es dann bei mir im Regelfall nicht. Aber Leute, das wird jetzt anders, denn jetzt wird rasiert. Dominik, bist du aufgeregt? Jetzt schon ein bisschen. Dominik, keine Sorge, Alter. Du hast noch nie mit jemandem gespielt, der so schlecht ist wie ich. Keine Sorge, keine Sorge, Mann. Okay, ich gehe auf den Blick Ben drauf, wenn ich es schaffe. Und eine Tankstelle, schnittst du Leute? Ja, die wollen ein Auto tanken, glaube ich. Ja, ja, egal, egal. Die kriegen kein Super-Plus heute. Ich habe zwei geholt. Okay, was? Wo? Lass zusammenhalten, Jungs. Lass zusammenhalten. Aber ich muss nicht finishen, ich muss den Spiel kaputt machen. Tobi? Ja? Oh, hier ist einer. Ist down, ist down, ist down, ist down, ist down. Einer down. Oh mein Gott, da habe ich wieder richtig reingeschossen mit meinem Verband, Alter. Der hing schon wieder unter der Maus. Da steppt jemand über mir. Hab ihn knocked? Oh, hat der mich erschrocken. Hol mir die Kiste, warte. Tobi war f***ig, Mann. Mann, alter Tobi. Tobi. Tobi, nimm dir das Schild doch. Okay, was geht hier ab? Lol, Patrick, wieder einen gefinisht. Ich werde beschossen, ich werde beschossen von gegenüber, Bro. Warte, unten ist es einer. Wo hängt denn der? Achtung, Norden. Ich werde angeschossen. Digga, ich werde angeschossen. Ich bin knocked. Einer down, einer knocked, einer knocked. Ich bin auch knocked. Bei mir einer knocked. Warte, ich muss finishen. Ich muss finishen, Tobi. Ich bin tot. Achtung. Ich bin tot, ja. RIP Baumaterialien. Alter, hast du mich erschrocken. Wer war in Insta? Könnt ihr mal zu mir connecten? Ja, okay, er hat mich gefinisht, oder? Er will mich finishen. Beeil euch mal, beeil euch mal. Nee, ich bin tot. Ich habe... Nee, ich bin tot. Ja, ich habe hier... My bad. Ich habe, ich habe, ich habe fangen. Komplettes Vierersquad gerade rasiert. Geil, Alter. Geiles Gefühl, Mann. Mit kaputte Hand. Mit kaputte Hand auch noch, Bruder. Ja, Mann. Okay. Wo ist der Rest von euch? Pettet ist tot? Beim L-Haus. Beim L-Haus. Okay, Junge, ich muss dringend zu euch, Alter. Gerade komplettes Vierersquad rasiert. Junge, Junge, Junge. Was für eine Leistung, Alter. Mit kaputte Hand. Rechts von der Seite? Komplettes... Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich muss aber erst mal irgendwie heiltränken oder sowas. Hast du noch... Oh mein Gott, ich werde gehittet, ich werde gehittet. Ich bin 37, ich bin 37. Hä, was? Ich habe ihn nocked, äh, nicht nocked, aber ich habe ihn gehittet. Ich push den kurz, dann könnt ihr die Tränke nehmen. Weiter, weiter, weiter. Ja, ich bin ziemlich laut, Digga. Ich habe unbedingt eine Eier oder sowas. Ich habe gar nichts, ich habe nur eine Pisse. Oh, pass auf. Falle, Achtung. Schafft ihr, schafft ihr, soll ich mitkommen oder nicht? Hab ihn. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gegenüber, bei unserem Berg, direkt gegenüber. Äh, oh, ganz oben am Berg ist ein Spieler. Äh, oh? Hast du ihn gesehen, ja, ne? Rechte Seite, die sind im Turm. Von mir ist, können wir hingehen. Ja, lassen wir machen, oder holen wir uns den, oder? Ah, ja, links unten sind welche. Pass auf, er hat dich. Oh mein Gott. Oh, vor uns, vor uns, vor uns, Dominik. Der Typ. Warte, 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 warte. Oh mein Gott, er ist ein Bot. Der Arme, der Arme, der Arme. Sollen wir den totboxen? Hä, der checkt sich nicht, oder was? Na, er ist ein Bot. Warte, warte, warte. Nein, 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 warte, warte, warte. Er ist runtergefallen. Er ist, er hat sich einfach umgebracht. Das hätte, das hätte mal ein Kill sein können, Junge. Der traurigste Moment in der Spielen-History. Der ist oben auf diesem Turm drauf. Nice, nice, nice. Immer noch die unten. Wo ist der? Oben auf dem Dach, oder wo? Oh, da ist noch einer mit Bot. Und Rocket Rout, oder? Guck mir diese Hedis, Alter. Nice. Oh Mann, die Armen, Alter. Wo ist der letzte? Wollen wir mal wegen Zone gucken, dass wir langsam mal reinlaufen? Jupp. Oh Gott! Dominik, ich werde... Ich seh den noch nicht, aber rechts irgendwo. Oh Brudi, oh Gott, ich bin so low, ich bin so low. Ich hab einen Schneider hinten abbekommen. Rechts aus der Zone. Hast du was zum Healen? Hast du was zum Healen? Ich hab nur Mini-Shields. Wir haben ein Launchpad. Wenn du willst, können wir auf den draufspringen. Vielleicht hat er was zum Healen. Nimm seine Ehre, Digga. Ich muss die pushen. Ich hab den einen schon genommen. Ja, pass auf, die sind zu dritten. Also zwei hast du noch. Weg zum Stein, oder? Was macht der? Ich will auch. Wie viele Kills hat der? Er spielt so low. Gleich elf, Digga. Pfff, elf. Halle daumen. Ich hab nochmal einen Lager frei. Bruder, ey, mach dir keinen Stress zu. Weißt du, ich bin vollkommen zufrieden mit meiner Leistung heute. Oh mein Gott, direkt bei mir, direkt bei mir, direkt bei mir. Au. Bau, Rebi, Bau, bitte. Das ist auch Bau. Einer low, einer low. Der pusht mich, der pusht mich. Der wird mich fähnischen. Der wird mich fähnischen. Oh Mann, alter, Junge. Er kann nichts machen. Er kann nichts machen. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Was? Oh nein. Noll, what? Hätte, 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 hätte gegeben. Oh mein Gott. Okay. Okay, Kills, wie viel hast du, Petrit? Drei, sechs, elf, eins. Drei, sechs, elf, eins. Ja, okay, Leute. Das geht auf jeden Fall besser. Ich würde sagen, Runde zwei. Ja, Kinders, nachdem die Fortnite-Server da mal gut 40 Minuten offline gewesen sind, spielen wir dann jetzt die zweite Runde unseres heiß beliebten Spiels. Wer töttet am meisten und er ist der geilste und ähm... Lass einfach Retail gehen. Ja, lass Retail machen? Okay. Oh mein Gott, hier geht auf jeden Fall einiges runter, Leute. Hier geht auf jeden Fall einiges runter. Hier sind noch welche drinnen, ne, Dominik? Der im Keller irgendwo, oder? Nope. Ja, ich hab das Salven vorher gewährt. Oh nein, ich hab nicht sooooh. Einer schon down? Ja, Digga. Ich hab zwölf Schuss. Oh mein Gott, ich werde gettet von oben. Dominik, ich hab ein AP. Ich hab ein AP. Ich hätte nicht. Nee, der hat mir mein... Du bist immer noch bei mir im Haus, ne? Oh mein Gott, Dominik, 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 ich werd gefinisht, ich werd gefinisht. Ich bin auch noch da. Tobi, 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 beeilt euch. Nice, nice, nice. Boah, danke. Ihr seid richtige Team Ehrenmänner, wisst ihr das? Oh mein Gott. Ich zieh ihn durch. Schaffst du das, schaffst du das? Nein, Alter. Ja, Digga, du bist ja ein Ehrenloser. Hinten an den Läden. Direkt vor dir? Er juckt ihn einfach nicht. Nice, hab ich. Oh mein Gott. Endlich Loot, Alter. Endlich Loot. Nice. Bibi, sag bitte nicht selber zu dir nice. Hä? Nein, nein, nein. Ich hab gesagt, endlich Loot nice. Nee, du hast gesagt nice hab ich. Du hast gesagt nice hab ich. Ja, ich war stolz auf mich, ich meine, okay? Nee, darf man nicht sein. Gegenüber, glaube ich, in den Commercial-Gebäuden noch. Ja. Müsst du ja pushen, ne? Ja. Warm, Junge. Dann meldest du um die Ecke links. Oh mein Gott. Nice. Was geht's? Okay. 10 HP, Alter. Ich hab mal wieder überlebt wie ein Hund, Alter. Geradeaus, geradeaus vor uns, geradeaus vor uns. Dominik. Soll ich mich vorher hochhalten, oder nicht? Ich glaub, ich kann's so pushen, oder? Sollte klappen. Warte. Oh mein Gott. Okay. Lol. Der hat deine Ehre genommen. Er hat so deine Ehre genommen. Nimm doch deine Ehre, Revi. Du brauchst gar nicht mehr so lange. Nein, ich hab ihn sogar noch gehittet in der Luft, Alter. War auf jeden Fall ein nice Try. Jetzt, Leute, holen wir das Ding als Team. Okay. Was auch, wir gehen jetzt an Tainted Towers, ja? Nee. Töten so viele Leute, wie wir können. Und bauen dann einfach die ganze Stadt ab. Mir reicht's jetzt. Ich werd um 10 Euro, dass ich gleich sterben werde. Irgendwie ist das verdächtig ruhig. Oh, ne? Unnormal, ne? Hey, ist keiner Tainted? Ist halt auf der anderen Seite. Hey, wollen wir Haus abbauen, Baby? Hiermit fangen wir an, okay? Ich baue Big Ben jetzt mal. Gut, Jungs. Auf geht's, wir zerstören, kommt. Komm, das Haus hier muss doch weg. Ein Random läuft hier mit dem Minigun durch die Gegend. Ja, komm, dann lass uns den Ding kurz holen, dann müssen wir weiter abreißen, hier, Jungs. So, da vorne in dem Fenster, seht ihr das? Daum, ich, hast du gesehen? Einer down? Anscheinend schon. Wird egal. Noch einer down? Ich will's mir helfen, das Haus hier abzubauen. Tobi, ich muss dir grad ganz kurz noch klein bisschen... Oh, der Matt kommt, der Matt kommt, ich bin lau, ich bin lau, ich bin lau. Oh mein Gott. Du hast mir grad so den Popus gerettet, Patrick. Du Ehrenmännchen, du Ehrenmännchen. Baby, guck mal, ich hab das komplette Haus hier abgebaut. Ah, sehr schön, Jungs, sehr gut. Unser Abrisskommando geht voran, sehr schön. Alles weg damit, alles weg damit. Und dann holen wir natürlich auch am Ende den Win, Leute, ganz klar. Da oben sind welche am Berg, die schießen. Ja, ja, die schießen. Oh, okay, okay, das ist noch höher. Ich werde von der Seite gehittet. Ich bin down, ich bin down, ich bin down. Nee, die sind heftig, die sind heftig. Okay, die haben Astronautenanzüge. Ich kann nur komplett wegkriechen, Jungs. Einer ist down. Yo, ich bin gleich down. Ja, Jungs, ich hab 88 Leben, ne? Sight down. Entschuldige, Alter, warte, chill. Oh mein Gott, schafft ihr es? Ja, warte, chill. Wenn ich einleitend mit Durchpusch bin, bin ich down. Jungs, für unser Abrissunternehmen. Hab ihn. Nice. Oh mein Gott, komplett squat. Ja, das ist gut. Dope, Alter, nice, Mann, sehr schön. Okay, Jungs, ich lieg hier am Boden. Bauleiter liegt hier gerade am Boden, alles gut. Ist gut, Bauleiter, wenn du nicht mehr abbauen kannst, mach ich ja mal weiter. Ehren, Mann. Oh, Zone, 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 Zone. Das Haus müssen wir noch machen, komm. Das schaffen wir wohl. Vor allem, wie wir abbauen, da kommt ein Squad an. Oh mein Gott. Ja, man sieht halt von weitem, wenn die Gebäude abkommt. Die müssen Tryhards. Wie viele Kills habt ihr? Vier. Drei. Einen. Ich auch einen. So, Misserhaus, ne? Machen sie es gut? Jetzt soll... Ja, perfekt. So, Wiedersehen. Alter, guck dir das mal an. Yo, wie leer. Ach, wenn die Gebäude weg sind, ist es leer. Ja, ne, aber... Ja, ich weiß schon, was du meinst. Kriegen wir das hier noch down, das große, ne? Ja, nicht wirklich. Also, wenn du jetzt Win holen willst, dann müsstest du... Ja, okay, gut. Nimm Big Ben, die Hüften noch. Jetzt Tankstelle, die sind jetzt Tankstelle. Was ist denn bei dir Tankstelle? Ja, der piekt da, der piekt da. Mann, der macht unsere Treppe kaputt, Alter! Mann! Ey, die fahren gar nicht runter, wirklich. Ich schneide mir sonst in die Hand, mir ist egal. Einer knock, einer down komplett. Oh, du hast ihn genockt, ich hab ihn gedowned. Alter, die komplette Stadt einfach down. WTF. Daubmann, nice, nice, nice. Ja, bitte. Okay, das war jetzt echt random. Ich hoffe, wir werden mit Raketen... Ja, moin. 60? Wo ist der? Bei der Tankstelle? Ach, da hinten. Aber hab ich da, wo geht's jetzt? Musst du denn jetzt einladen? Hin, oder? Ich hab ein Launchpad, wenn ihr wollt. Ja, setz mal ein Launchpad. Liegt unter euch? Ich hab ihn getroffen, 23. Launchpad, wo ist das? Ich bin daneben geschwungen. Wie so ein random. Da sind drei Leute, oder? Okay, da sind keine Boards, Alter. Ja, ich hab ihn so gehitzt, jetzt hätte ich den mit... Ja, moin! Der braucht einen Hit vielleicht noch. Ich hab einen down. Einen down. Ich hab auch einen down. Nice, das waren alle. Ja, das waren alle. Ja, sehr schön. Ah, überall. Auf dem Berg. Ich hab keine Munition mehr, Jungs. Hab einen down. Ja, moin. Ja, moin. Es geht so schnell bei ihm, Alter. Es ist so unfassbar. Ah, auf dem Berg. Neben uns. Ah, kaum was zum Bauen, Alter. Nice. Ey. Ist down. Wie hier dem Blut hinterher läuft. Ich seh da hinten, in Nordwest, Nordwest, Nordwest. Ja, stimmt. Der baut sich da, ja, ja. Oh, ich wurde angeschossen. West? Ja, auf jeden Fall Waffen. Und das ist ein schwarzer Astronaut. Das heißt, er hat sich endlich den Battle Pass gekauft. Oh mein Gott, das war so ein closest Ding, Alter. Eigentlich hätte er genockt gewesen sein müssen. Ja, das ist nicht wohl die Sünde, das ist wirklich absnipend. Unten bei den Pavillon. Ich bin gleich ganz close an den. Alter, ist down. Da hinten war auch noch ein Kill, danke. Okay, letzter muss Fallenkill sein, oder? Ja, er muss Fallenkill sein. Ich hab keine Fallenkill sein, Jungs. Ich hab keine Falle. Ich hab vier Stück. Lass mal, oh mein Gott, lass mal bitte so ein krankes Fallenhaus bauen. Komm mal her. Komm mal her mit den ganzen Fallen. Wir müssen den irgendwie hier reinbekommen. Wir müssen den irgendwie hier reinbekommen, Alter. Nee, ich hab's vergessen. Meinst du nicht, dass der da reingeht? Nee. Ich hab sogar Boogie Bombs. Zwei Stück. Ich hab zwei Boogie Bombs. Ey, wenn wir den da reinbekämmen. Okay, wenn wir ihn sehen, nicht schießen. Nicht direkt töten. Wir müssen mit dem noch ein bisschen spielen. Der Armer, Alter. Irgendwas special machen. Ja, ich sehe ihn sogar da oben. Wo? SW. Wo? Guck mal, er hat sogar eine ganze Treppe nach unten, Alter. Könnten auch so eine kleine China-Mauer hier um die Zone rumbauen. Dass der nicht reinkommt, so eine Festung. Ja, lass mal machen, lass mal machen, lass mal machen. Wir bauen nochmal schönen Boden dazu. So, hier, Jungs. Parkett, Laminat. Yo, wie knapp war ein Windows-Kopf. Tobi, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Der darf nicht sterben. Der muss erstmal, der muss erstmal chinesische Mauer hier. Er kommt, er kommt bergunter. Er stirbt, glaube ich. Aber er kommt jetzt. Guck dir diese Mauer an. Er ist über euch, er ist über euch. Er ist tot. Oh nein, Alter. Was? Ist der gefallen? Ja, ja, ja. Oh Mann, Alter, der Arme. Ja, Leute, das war es auf jeden Fall auf diesem wunderschönen Video. Wir haben einiges erreicht. Wir haben eine schöne schinesische Mauer gebaut. Wir haben drei Stills. Auf jeden Fall stabile Runde, Jungs. Kann man nicht anders sagen. Schaut auf jeden Fall gerne bei Dominik, bei Petrit, bei Tobi. Schaut bei denen allen vorbei, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da. Ich habe gerade den weiblichen Space-Joot bekommen. Endlich. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, scho. Bis zum nächsten Mal.